Ja, hallo, zum Tag 9 und Sie wissen schon Bescheid, Stift nehmen und wieder aufschreiben, wo Sie in mittlerweile 21 Tagen sein möchten, ja, sozusagen am Ziel angekommen sein möchten. Nicht vergessen, ganz wichtig, okay, ja, heute teilen Sie Ihren Gruppenmitgliedern mit, ja, in Ihrer Gruppe, dass das Webinar weit stattfindet, ja, und Sie machen Sie sozusagen schon warm darauf, ja, und ebenso wird dieser Gruppenpost mit der Frage begleitet, wer will teilnehmen, ja, und ja, da werden Sie dann entweder Zusagen schon bekommen oder noch nicht oder neugierige Fragen, wann soll es denn sein und so weiter und zu welcher Uhrzeit und Sie können für das Webinar YouTube Live nutzen, ja, oder Zoom, ja, das sind sozusagen kostenlose Alternativen zu GoToWebinar, was 99 Dollar im Monat kostet oder anderen Webinaranbietern, also Zoom und YouTube Live tun es auch super gut. Ja, ja, und wenn Sie dann die Leute schon darauf aufmerksam gemacht haben, ja, dann fügen Sie zu dem Post ebenso noch ein Video hinzu, indem Sie den Leuten schon mal eine Ahnung geben von dem Geheimnis Nummer 1, was Sie im Webinar erklären werden, ja, und das ist sozusagen das, was die Leute beziehungsweise was Sie als wirkliches Geheimnis ansehen, was die Leute noch nicht wissen, ja, und davon machen Sie ein Video und verraten natürlich noch nicht alles, ja, sondern geben einfach nur so eine Ahnung, so eine Vorschau sozusagen, ja, um die Leute neugierig zu machen. Okay, ja, Sie werden darauf auch wieder Reaktionen erhalten und dann gehen Sie wieder zu Ihren 1 zu 1 Leuten, ja, es gibt ja Leute, die posten nicht öffentlich, sondern die möchten das lieber privat haben oder die mögen keine Webinare, die sind eher so die 1 zu 1 Kontaktleute. Und dort geht es jetzt insofern weiter, dass Sie bei den Leuten, die sich schon in Ihren Kontakten haben oder die neu auf Sie zukommen, Einwände beseitigen, ja, und sozusagen Widerstände abbauen, ja, indem Sie mehrere Wege aufzeigen, die zum Erfolg führen, ja, wie das schon zuvor auch gemacht wurde, ja, also nicht nur eine Lösung parat haben, sondern mehrere Lösungen. Und Sie fragen ebenso, ja, um diese Widerstände zu beseitigen. Erstens, wenn Geld nicht das Problem wäre, würden Sie mit mir zusammenarbeiten? Ja, das ist die erste Frage. Und zweitens, wenn ich Ihnen einen Weg aufzeige, der zu 100% erfolgreich ist, so dass Sie vorwärts kommen, würden Sie es sofort machen? Und falls diese 1 zu 1 Kontakte Ja sagen, dann vereinbaren Sie einen weiteren Chat-Termin, Webcam-Termin, ja, so wie das in den vorigen Videos erklärt wurde. Genau, und jetzt finden Sie den Weg für diese 1 zu 1 Kontakte und es ist sozusagen der Trichter, ja, und der Trichter, der wird auch im Englischen als sozusagen eine Form genannt, um die Leute sozusagen hineinzulotsen, ja, und diesen stellen Sie jetzt diesen Leuten wieder vor, ja. Sie können das zum Beispiel machen, indem Sie denen vorschlagen, wie ein Lounge gemacht wird, ja, oder wie die Leute, deren Leute in die Gruppe hineinholen, ja, sozusagen den Gruppentrichter anwenden und somit Kontakte aufbauen, ja. Also es gibt vorrangig diese 2 Möglichkeiten. Genau, und Sie wollen natürlich, ja, dass Ihr Kontakt Ergebnisse sieht, ja, und Sie sind zuversichtlich, dass Sie mehr Wege finden, um Ihren 1 zu 1 Kontakt zu helfen, ja, mehr dazu in den kommenden Videos. Das ist Ihre Aufgabe für heute. Bis dahin.